Hier ist die Rezeption. Hier gibt es einen Shop zum Einkaufen. Hier kann man dann alles, was man vergessen hat, kann man hier kaufen. Es gibt auch Getränke, was man braucht. Hier, die Antonia, das ist die beste. Die spricht perfekt deutsch. Die könnt ihr ruhig ansprechen, die ist ganz nett. Die macht auch die ganze Wünsche warm. Hier hinten in der Ecke sitzt die Turniereiseleitung. Die ist jeden Tag, außer Donnerstags ist die da. Und die Tina ist perfekt. Die ist so lustig, das soll er da auf jeden Fall machen. Und hier hinten ist auch die Wechselstube. Hier hinten seht ihr auch gleich die Wechselstube.